Servus Leute, hier ist wieder Chomp Heute spielen wir ein bisschen Genesis Online Ist ganz einfach gesagt ein Abklatsch von Minecraft und Minecraft finde ich schon dermaßen debil um zu kotzen, dass ich mich frage warum spiele ich das jetzt? Aber ich werde es halt einfach spielen So, wir können ein bisschen hier was aussuchen Die Kritiken zu dem Spiel sind sehr sehr schlecht Wir nehmen uns mal so einen Scheitel hier Ja, komm, die Augen nehmen wir auch Das sieht gut aus Kommen wir noch irgendwas verändern Haarfarbe Mal komm, scheiß drauf Und wir sind männlich Ne, das war ja richtig Hey, hallo Ich habe wieder meine Haarfarbe Äh, mein Scheitel aussuchen wurde Und die witzigen Augen So, mal gucken, wie lange das jetzt dauert hier Ich habe noch nie Minecraft gespielt Aber ich finde die Videos schon scheiße Ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht mein Spiel Travel for the World of Genesis Was ist das? Crap Was ist das? Was ist das? Wo, 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 wo ist das? Obtain Resources and Minerals Alles klar ja kennt man so ne was ist das hier alles klar mauspeed auflösung 46 mal ach so scheiße ich lasse es so eingestellt also lasse ich den kratz mal so ok wer ist die ist wohl bewegung hier ist ende was soll ich hier machen einfach dumm rumlaufen also die maustassen funktionieren überhaupt nicht ich stehe also nur dumm rum kann eventuell hier runterfallen denke ich mal weiß ich nicht keine ahnung so pass mal auf ich drücke mal q ich sehe gerade q kann man was drücken was ist das so into the slot shortcut and close to the inventory time for block activate the slot with a pick by pressing suitable number on the keyboard gut nehmen wir eins oder inventory so was soll ich mich noch reinpacken pick 1 so was ist das chest habe ich das kann ich das muss ich wohl reinpacken oder oh pick und ho packen wir mal alles rein hier Chess, wofür soll das gut sein? muss ich jetzt jeden Quatsch hin reinpacken? ich lasse das auch mal so so, also 1 aha aber wofür soll das gut sein? und vor allem ok, da habe ich jetzt ein Loch rein gehauen ich haue mir mal noch ein Loch rein dafür bekomme ich jetzt was aha jo, 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 jo ja, wie spielt man eigentlich Minecraft? keine Ahnung ok, was muss ich jetzt hier ich weiß nicht, was ich hier machen muss also ich sammle diese Blöcke ein so, ok, wir holen jetzt hier auch nochmal rein sieht das, ne, jetzt wird es symmetrisch so, jetzt haben wir eine gewisse Symmetrie hier drin ich muss noch mal in den Castlock gucken was muss ich jetzt machen? Open your inventory, habe ich doch gemacht choose the ground, block, drag activate the slot and put it in the ground ok, jetzt ist die zweite fest wir gucken noch mal hier, ach hier, Blocks mhm, mhm, mhm gut, legen wir auf drei clay ohne furnace Möbelpolitur oder sowas gut, clay nehmen wir auch hier rein so, ich mache hier nochmal ein bisschen größer so, und jetzt hier in den Bunk kann ich auch springen ja, ich kann ja springen tatsächlich ok, ich baue mir was hier an den Rand würde ich sagen drei so, und jetzt wohin packen da alles klar ja, was ist dieses Gold? da soll eine Wand jetzt werden hier, oder? wir haben schon wieder eine Queste hier gerade ich gebe mal wieder eins hier äh, cool, mein Gott press T and choose the forest beyond me go to any forest activate the pick come to the tree and find ten wood aha ten, ten stone also, obtain ten stone ok, T ist das hier? ja, das sieht schwer nach Wald aus go 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 oh ach jetzt geht's los Das sind ja barbarische Ladezeiten echt jetzt. Will er überhaupt noch? Oder haben sie schon abgestürzt? Alter, sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, mich zu erinnern, dass jemand auch meinte, die Ladezeiten sind echt lächerlich. Ich habe ja kein Vergleichsspiel. Ich kenne nur dieses bescheuerte Minecraft und wie das aussieht da und das ist echt nicht so mein Ding. Aber hört zu, ich will ja gar nicht weiter meckern jetzt über Minecraft. Wenn es euch so gefällt, dann gefällt es euch. Mein Gott. Bin ich eingefroren hier? Nee, wer ist er denn? Was mache ich hier? Ist das Quest? Wer ist er denn? Aha, ich kann ein Brot kaufen, ein Cupcake und jetzt weiß ich, wofür das Gold ist. Dann kann ich... Ah ja, Knacker. Gut. Oder Necker? Necker heißt es jetzt ja nicht. Was ist das? Okay, man kann die Sachen kaufen. Alles klar. Boah, noch nicht. Also das hier ist nur zum Kaufen. So. Was für ein Scheiß. So, muss ich wohl wieder T drücken. Return home. Nee. Ich will ja... Was muss ich hier machen? Wenn ich hier runterfalle, sterbe ich dann? Oder? Oh. 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 Naja, ich lebe noch. So, was ist das denn hier angeht? Aber ich sollte ja zum Wald. Zu irgendeinem Wald sollte ich. Ich weiß schon, warum ich das normalerweise nicht spiele. Okay, jetzt Stein sollte ich auch noch einsammeln. Aber ich denke... Ich denke, dass das hier nicht richtig ist. Oder komme ich hier irgendwie wieder hoch? Gibt es den Jetpack oder sowas? Oh. Oh. Gut. Nee, ich glaube, das ist hier falsch. Hier bin ich falsch. Return home. Machen wir es mal. Ja. Obwohl, jetzt denke ich mir gerade so. Das war bestimmt ein Fehler. Oh, Ladezeiten. Ja. So, ich muss gleich nochmal in die Quest gucken. Ich glaube, ich habe da irgendwas verwechselt. So, da steht meine Mauer. Gut. Äh, Quest. Activate the pick. Come to the tree and find ten wood. Procedure forest biome go to any forest server. Habe ich doch gemacht, Alter. T. Hier, das sieht doch eher nach Wald aus. Das sah mir gar nicht so nach Wald aus. Ich gehe jetzt mal hier hin. Da ist ja kein Baum. Und ohne Baum gibt es kein Holz. Das ist offensichtlich. Hm, okay, ja, hint. Alles klar. Gut, komm, hier. Lass mich rin. Hier kann man wohl die Mucke ausstellen. Aber sonst ist ja dann noch weniger zu hören hier. Und bei so einem Ladezeiten habe ich lieber ein bisschen Musik im Hintergrund. Jetzt, jetzt. Jetzt wird es geladen. Wow. Jetzt mal im Ernst. Wieso bin ich jetzt schon wieder bei dem hier? Activate the pick. Come to the tree. Was ist das denn für ein Englisch? I'm find the ten wood. Ach, pass mal auf. Sollte ich hier was kaufen, oder was? Kupfer. Silikon. Stairs. Bands. Plank. Ne, also hier ist kein Holz. Resources, Charakter, Interior, Mechanism, Boney. Gut, gehen wir zu dem hier. Muss ich das kaufen? Strawberry Jam. Ne, der hat das auch nicht. Ich glaube, da unten baut einer. Sieht irgendwie so aus. Ja, irgendwer macht da was. Aber das ist doch kein Wald hier. Ich springe aber runter. Oh, shit. Also, irgendwer ist hier schon fleißig am irgendwas wegknüppeln. Gibt es hier eine Karte? Gibt es hier eine Karte? Gibt es mal M. M macht überhaupt nichts. Soll ich jetzt hier weiter puckeln, oder was? Komm, laber nicht. Das ist das doch nicht hier. Das sieht überhaupt nicht nach Holz aus. Ich denke, ich werde mal... Die Pflanzen, die hier drauf sind, sammeln wir die auch mit ein? Oh, ich denke. Oder soll ich hier durchlatschen, bis ich einen Baum finde? Das ist ja auch scheiße. Ich gehe mal... Was ist das denn da? Was sind das für Dinge? Soll das ein Baum sein? Guck mal. Ja, aber das sieht doch kein Baum aus. Das soll doch kein Baum sein. Da ist jetzt irgendwas runtergefallen. Was war das denn? Das war doch Holz, oder? Plank. Plank ist aber kein Holz. Hallo. Danke. Den Scheiß hätte ich ja da auch kaufen können. Oh, ich bin runtergefallen. Alter. Wollt ihr mich verarschen. Guck mal, wo ich ran bin. Was ist das? Wissen Sie nicht, wie Holz aussieht? Ich mache das jetzt mal, bis ich 10 von diesen Dingern habe. Ich denke nicht, dass das Holz darstellen soll. Aber egal, gehen wir nach unten. Oder war auch schon einer dran. Sieht jedenfalls so aus. Ich glaube, der war hier überall schon, wenn wir die Pflanze mit hier haben. Der hat ja alles schon weggehauen, hier. Wer auch immer hier war. Ach, der hat sich einen Block gebaut, um da ranzukommen. Jetzt müssen wir doch 10 davon haben. 9. Jetzt sitzt es 10. Oder ist das Ding jetzt fertig? Alles klar, das soll, alles klar. Obtain 10 stone. Ich springe mal ein bisschen runter. Ich mache das mal direkt hier. Alles klar, damit geht das nicht. Ich puddel jetzt hier wirklich, bis nichts mehr geht. Ich mache das Holz aber so, damit ich hier noch rauskomme. Ach, da ist der Stein, alles klar. So, damit müsste ich jetzt hier mit meiner Picke. Da denke ich gar nicht. Dazu gibt es das Ding. Alter, fällt mir auf. Ey, ich muss aufpassen. Ach, du Scheiße. Okay. Ich werde auch noch weghauen hier. Oh, nicht, dass ich hier mich so verbuddelt, dass ich gar nicht mehr rauskomme. Oh, das dauert ganz schön lange. Donk, 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 donk. Die Glocke. So, hier auch noch. Ja, das geht jetzt mal innen runter. Muss das so lange dauern? Wie hier EP-Führ oder so? Gibt man sowas, gibt sowas hier? Ich habe ihn da hingesammelt. Aus wie Holzkohle. Okay, das ist jetzt also fertig. Den nehmen wir auch noch mit hier. So, was sind denn die nächsten Quest? Jetzt gibt es was Neues. Okay, wieder nach Hause. Yep. Bis zum nächsten Mal.